Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ah, Sternen. Wer hat nur dieses blöde Kacklevel designt. So, da kommt nix mehr. Von der Seite erst mal. Jetzt die Stelle, die ich ja so gern mag. Ich kann mich nicht rückwärts bewegen, schnell noch. Wegen dem Scheiß-Strawling-Kack. Wow, wir sind jetzt endlich wieder am Ende angekommen. So, zur Seite laufen. Stirb. Stirb einfach. Mann, hatte ich einen Hass auf dieses Level. Aber wir haben es geschafft. Wow. Und jetzt darf ich mir wieder Zeug holen, bevor ich da reingehe. Yippie. Noch mehr rumgelaufe. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Was haben wir hier? Hier haben wir nur die Uhr. Dann holen wir jetzt uns den Yoshi diesmal. so und jetzt ab dafür zu browser bitte lasst sie nicht so ein unfairen scheiß da sein the king of koopas mario 64 browserwelt wow browserwelt musik meine ich und nach oben mit uns dann nehme ich doch doch über ich weiß gar nicht wo ich hierhin geht wenn ich ehrlich bin zum schlüssel alles klar ich brauche also hier ein schlüssel durchgerutscht wofür brauche ich einen schlüssel ich mach dich platt ich mach dich platt rammer suit ist genial und das ist ein bröcke scheiß sehe ich doch schon deswegen machen wir das so den schlüssel muss ich ja mitnehmen und da haben wir unseren joshi verloren dadurch weil ich hier unten wahrscheinlich schon koopa rumlungert woher soll ich denn das ahnen woher soll ich denn das ahnen der bröckeht ihn der boden unter den füssen weg und ich soll dadurch rigen oder was man kann es übertreiben Hoch Die wollte ich mitnehmen Ach, verdammt So, damit die mir nicht ständig hier im Weg sind Weg mit den Scheiß Waschbär gezwitscht Ja, hättest ruhig hochfliegen können Wow, das Finde ich Ehrlich gesagt Wie ist hier Jetzt verliere ich mein Mann, ich will mein Yoshi doch behalten Darf ich hier so eine Scheiße machen Und wie sieht's da aus Bröckelkack Ich wechsle mal wieder auf Töte mal hier alles Hä, wo? Was? Schlüssel Was für ein Schlüssel Muss ich also Von, von Yoshi Absteigen Ich geh mal durch Gibt's hier vielleicht noch einen Schlüssel Und da muss ich den halt Durch die Tür mitnehmen Äh, Yoshi ist weg Tatsächlich Hier gibt's noch Schlüssel Okay, das ist jetzt hier nicht weiter So wild Hoffentlich Ah, das kann ich ja wieder auch nicht ahnen Und wieder durch Schlüssel geholt Schön aufpassen hier So, dann kann ich die jetzt Wegboxen Na, jetzt darf ich hier Zurückspringen Toll Das hätten sie sich echt sparen können Wie, dann kommt noch Was mit Schlüssel Stirb scheiße So, wieder auf Waschbär Lass mich nur Mit deinem Kackfeuer bei Warum ist der denn da jetzt Langsamer geworden Flieg, flieg, flieg Durch Durch Das hätten wir Checkpoint 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 Für was? Okay Komm Komm Schaufel dir dein Grab Aber ich Weiß ja Dass das denn noch nicht Das Ende sein wird Boah Im Keller Geht's mir nicht noch weiter Boah Boah Ach du Scheiße Ahhhhhhhhhh Egal, wir brauchen keinen Powerups hier Unbedingt Wäre zwar ganz nett, aber Ach Ach fuck Das ist mir in Ruhe Spring hier rüber Ach Scheiße Aber er ist besiegbar Das ist die Hauptsache Wie Wie Mann, wie schnell soll ich denn da sein Geht mir das hier auf den Sack Was Jet Was ist denn da? knowin Spring Spring! Boah! Warum bist du jetzt da in die... Ach man! Spring her! Drecke! Heute noch! Was soll ich denn machen? Ist doch ganz simpel eigentlich. Du sollst in die scheiß Löcher springen. Spring! Ah! Ah. Der bleich an der Kante hängen und ihr erwischt mich. Der bleich an der Kante hängen. 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 Wer sind das alles? Entwickler? Das ist ein Hack. Waren da so viele beteiligt? Der bleich an der Kante hängen. 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 Der bleich an der Kante hängen.